Ich hab fast gesagt in Tamrien, aber Tamrien ist ein komplett anderes Spiel. Doch, Tamrien ist, ähm... Ja, das Spiel ist, also. Da gehört Tamrien hin. Auf jeden Fall. Ich trage zu viel. Oh, ich trage zu viel. So. Was sieht noch das aus? Jetzt in dem Fall tausche ich die weißen Stiefel gegen die blaue Hose. Aber, da wir jetzt zu viel tragen, ähm... Und hier ist noch eine Truhe. Da ist noch ein kurzer Bogen drin. Na gut, den lassen wir mal liegen. Müssen wir jetzt natürlich ein bisschen was liegen lassen. Ähm, allerdings sehe ich auf der Minimap, dass wir gleich durch sind. Was kommt hier rum? Hier ist noch eine... Meine Taschen sind voll. Schuhe, die sind voll. Die Taschen. Gut, dann kloppen wir noch die letzten Gegner. Und verlassen den Dungeon. Teleportieren uns raus. Das ist eine kurze Zauberzeit, dass man eben tatsächlich die Gegner auch töten muss. Und wir kommen hier zum Eingang. Jetzt haben wir hier volle Taschen. Weswegen ich mich jetzt kurzerhand in die Stadt... Nicht zurück... Hey, ich will meinen Teleport zaubern. Verdammt. Okay. Ach stimmt, verdammt, der war levelabhängig. Oh nein. Okay. Dann suche ich mal so ein Teleport-Feld. Hoffe, dass ich da fixe empfinde. Dass ich da fixe empfinde. Müsste aber eigentlich da oben... Also hier sehen wir alles, was wir schon besucht haben. Müsste eigentlich hier oben dann eins kommen. Eure Verteidigung ist nutzlos. Mache ich mal noch nicht alle kaputt, sagte er und hütete alle. Hallo. Ups. Das war ein Leck, so wie es aussieht. Ja. Das war ein Leck. Ein Latenz-Leck. Ups. Ups, 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 ups. Das ist auch so ein... Ja. Ich sag mal, am Anfang war es ein großer Nachteil. Mittlerweile, dass es funktioniert, ist es jetzt nicht mehr so groß. Sie könnten tatsächlich einen Offline-Modus einführen, aber die Tatsache, immer online sein zu müssen, ähm, ist dann ärgerlich, wenn es eben nicht funktioniert, wie am Anfang. Es wird kommen auch für andere Spiele, ganz klar. Ähm, es lässt sich halt überstreiten über Nutzen. Es ist klar, sie können dadurch ihre Spiele wesentlich besser kontrollieren, ob sie eben nie verkauft haben oder nicht. Ähm, wie gesagt, was, was ihnen noch verbessert werden sollte, aber das ist, es fehlt generell. Äh, und aus der Nummer ist Diablo 3 schon länger draußen. Ähm, es darf halt nicht zu Server-Einbrüchen am Release-Tag kommen. Das ist ein absolutes No-Go meiner Meinung nach, weil, äh, wenn, wenn man sich als Spieler das, äh, das Spiel oder irgendein anderes Spiel vorbestellt hat, dann hat man sich ja vorbestellt, um am Release-Tag spielen zu können und nicht, um am Release-Tag eine, hey, das ist überlastet, Meldung anschauen zu müssen. Das ist so, das Einzige, was ich an, gerade im Mittelkopf, auf diesen Latenz-Legg, Negatives tatsächlich habe. Weil, ähm, mir ist das. Wir sind eh, äh, die, die sich, äh, immer, 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 ähm, wir sind doch eh knapp 24-7 online. Ja, ja, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. 100 pro. Äh, klar, wenn man mal auf, auf der Fahrt oder so spielen möchte, dann ist das natürlich ein bisschen negativ. Ähm, wo wohin fährt, dann möchte man im Zug ein bisschen Diablo spielen. Allerdings frage ich mich dann, im Zug Diablo mit dem Laptop. Hm. Ich bin der Letzte der Horatrim. Das konnte ich nicht immer von mir behaupten. Tatsächlich hätte Diablo vor seiner Schreckensherrschaft aufgehalten werden können, hätte ich mich den horatrischen Lehren früher verschrieben. Das könnt ihr nicht wirklich glauben. Als die ersten Anzeichen auftraten, blieb ich tatenlos. Ich tat die alten Erzählungen als Gewäsch ab. Und Tristram, nein, die ganze Welt musste für meine Überheblichkeit zahlen. Ich habe mich bemüht, meine Verfehlungen wieder gut zu machen. Lea und ich haben ihr gesamtes Leben lang die Welt durchstreift, um Teile der Prophezeiung der Endzeit zu sammeln. Wenn ich sie entziffern kann, werden wir den Schlüssel zur Zerstörung der Herrscher der Hölle in Händen halten. Ich bemerke große Zuneigung zwischen euch und Lea. Ich weiß nicht, wie mein Leben ausgesehen hätte, hätte ich sie nicht großgezogen. Oh, es muss für Lea schwer gewesen sein, einem alten Mann zu folgen, auf seiner wahnwitzigen Suche nach den Geheimnissen, die Herrscher der brennenden Höllen zu vernichten. Doch obwohl sie so manches gesehen hat, glaubt sie noch immer nicht ganz an meine Aufgabe. Es ist verständlich. Sie hat noch nie etwas wie Diablo und seine Brüder gesehen. Die Prophezeiung der Endzeit steht in den huratrischen Folianten geschrieben, die mir von meinem Vorfahren Jared Kane überlassen wurden. Diejenigen, die ihren Sinn erkennen können, sehen in ihr eine Warnung vor der endgültigen Invasion unserer Welt durch die Hölle. Geschrieben wurde sie von vielen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Weltgeschichte und in verschiedenen Teilen Sanktuarius. Alle bekannten Versionen der Prophezeiung sind unvollständig. Ich habe die letzten 20 Jahre versucht, sie zu vervollständigen. Ich bin gewiss, dass in ihr die Antwort darauf zu finden ist, wie die Herrscher der Hölle besiegt werden können. Ihr sagt, Diablo trieb Leoric in den Wahnsinn? Leoric leistete der Besessenheit durch Diablo Widerstand. Doch die Anstrengungen schwächten und verwirrten ihn. Als sein Sohn Albrecht entführt wurde, um als Gefäß für Diablo zu dienen, verlor er endgültig den Verstand. Was geschah, nachdem er zum Skelettkönig wurde? Er befehligte eine Armee der Toten tief im Inneren der Kathedrale und diente nun dem Herrn des Schreckens, dem er sich lebendig noch widersetzt hatte. Viele Abenteurer hatten versucht, den Skelettkönig zu besiegen und dabei versagt. Es war Aiden, Leoriks ältester Sohn, der das Monster tötete, zu dem sein Vater geworden war. Wieder mal ein bisschen Hintergrundinfos, ein bisschen Hintergrundgeschichte, was der Opa so alles gemacht hat und dann geht es hier auf den Friedhof weiter. Ich wollte ihn nicht über den Grabstiefeln. Jetzt gehen wir mal in die Krypta. Es ist so, wenn ich mich recht erinnere, auf diesem Friedhof gibt es mehrere entweite Krypten. Und in einer davon befindet sich der Altar. Den müssen wir finden. Dämonen sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn keine andere Nahrung zur Verfügung steht. Ihr Nachwuchs, die Kobolde, können mitunter fliehen und verbünden sich mit anderer Höllenbrut. Sie bewegen sich in aggressiven Gruppen, immer bereit, sich auf ahnungslose Reisende zu stürzen und sie mit ihren winzigen, messerscharfen Zähnen zu zerreißen. Allerdings ist es so, wenn ich das richtig weiß, dass die in anderen Sünden die richtige Krypta zufällig ausgelegt wird. Das heißt, wenn es mal die, also es wäre die hier, in der wir finden, dann kann es sein, dass es beim nächsten Spiel neut diese hier ist oder dass es eine der anderen ist. Also, das ist so ein bisschen zufallsabhängig, welche da die richtige Krypte ist. Es lohnt sich trotz allem, die anderen Krypten zu erforschen. Denn neben Gegenständen, Monstern und so mit Erfangenpunkten gibt es hier noch was, das ich gleich zeigen werde? Nachdem ich die Kobolde weggegenetzt habe. Ach, du auch. Und das Wissen angehört. Nein, das ist noch was. Steht aus. So. Wir haben hier unten nämlich einen großen Raum. der erst mal Leerschein und der erst mal vier Tore besitzt. Jetzt haben wir hier in der Mitte ein Seelengefäß. Und jetzt geht es einfach nur darum, eine Minute irgendwie hier drin zu überleben. Vollkommen egal wie. Ähm, das Seelengefäß hat Gegner besprochen oder beschwört konstant Gegner. Und da muss man eben schauen, dass man eine Minute überlebt das Ganze. Man sieht man unten im Eck, wie weit drin schon ist. Ja, also, oder was weiß ich im Eck, rechts am Rand sieht man das Ganze. Ähm, wie lange man das schon geschafft hat zu überleben. Da haben wir natürlich einige Klassen. Das ist ein wenig einfacher. Ich halte mich jetzt einfach an der Strategie. Hey, alles was hinter mir weit genug weg ist, kann mich nicht töten. Und... Normalerweise sterben wir noch ablauf der Zeit oder kommen einfach keine Neuen. Ich bin mir da gerade nicht sicher. Ich glaube, die... Okay, sie sterben nicht. Es kommt einfach nur keine Neuen. Ähm... Dann hat man das Ganze überlebt. Muss man das irgendwie zerstören. Da ich jetzt gerade nicht weiß, ob das mit einem Radeballen verglüfft ist oder nicht. Dann möchte ich jetzt noch ein paar davon aus dem Weg räumen. Und... Dann sammle ich ein bisschen Zeugs ein. Minderwertig, minderwertig, minderwertig. Okay. Ja, du auch noch. Du bist auch minderwertig. Was haben wir hier? Wehrschutz. Okay. Und dann machen wir mal das Seelengefäß kaputt. Das gibt uns noch ein paar Gegenstände und Gold- und Erfahrungspunkte. Das ist geschickt. Hm. Da nämlich die... Hm. 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 Ich lasse das so. Das werde ich aber noch den Rest von der Krypta erkunden. Hat man so ein Seelengefäß gefunden, kann man eigentlich schon ziemlich sicher sein, dass man sich in der komplett falschen Krypta befindet. Also in der richtigen gibt es so eine Quest, wenn ich es richtig weiß, äh, nicht. Die sind quasi nur als, äh, eben war's nicht so frei und hast die falsche Krypta, äh, gefunden und erkundet, ähm, du kriegst von uns eine Belohnung. Oder, so nach dem Motto, wenn du bis in der falschen Krypta bist, vielleicht sogar freiwillig, ähm, komm, kriegst, 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 kriegst. Na. Wobei man für den Kick noch ein bisschen was machen muss. Ähm.